eine wunderschöne da bin ich auch schon wieder euren und ich begrüße euch zu einem neuen video hello fresh box ist wieder da aber diesmal eine etwas kleinere weil ich habe diesmal nur zwei essen also zwei tage zwei personen zwei tage also für mich die große und die kleine weil die essen sind die portionen sind gut das reicht die kleine ist nicht so viel reicht für mich die große und die kleine frau machte ihre kaito diät und jene ist ja jetzt im kinderjahrten die große in der schule dann brauchen wir hätte ich während der woche für uns jetzt hier boxen holen das ist quatsch diesmal dann halt etwas kleiner wir haben zwei tüten also die pläne haben wir hier noch und dies aber groß diesmal ist genauso groß sind das martini ich hoffe ich hoffe der muss ich hoffe der muss nicht irgendwo rein weil das habe ich übersehen also wenn das da irgendwo ich drin stand das schnaps mit ins essen muss und der ist hier also ich hoffe der muss nirgendwo rein daumen drücken wir haben wieder einen umschlag gucken wir mal diesmal mit bei ist was hellofresh uns diesmal bietet oder die partner von hellofresh diesmal damit bei ist so was haben wir denn hier schrank express was soll die bau und schränke denn kannst du dann drei meter lang fünf meter hoch was ich baume einen schrank kostet aber den halb dementsprechend schrank express dann versicherung einfach machen klark kennt er ja meisten influenza machen dafür gerade werbung klark ich glaube ich ein bisschen hoch ein bisschen zu niedrig die lampe so ein bisschen zu weit drüber scheint klark so dann hagel-shop.de beauty für dich shop apotheke weinfurt und rostmarkt also nicht rossmann rostmarkt rostmarkt aus gewohnheit zum genuss weinfurt ist ekelhafter wein und rostmatt ist wohl kaffeesorten rostmatt die seite kann man sich ja mal angucken aber dieses wein ekelhaft ekelhaft das habe ich auch bei amazon paketen oder wenn ich bei otto bestelle hat da auch öfters mal schon ekelhafte weinkarten drin widerlich abartig kriegt man es nach hause nicht mehr die werbung jetzt ist überall bei den paketen aber mit bei richtig nervig die karten muss ich noch mit meiner mutter kommt denn weg so diesmal diesmal ist der umschlag aber komplett durchgeweicht fertig mal als support schreiben ob es nicht machbar ist die karten über die essen nach dem packen der tüte das paket da rein zu packen weil die dinge ist klitschnass auch ja jetzt noch mal so eine karten eine box gratis eine box gratis 10 euro rabatt habe ich jetzt noch mal gekriegt nachher klassische pasta bolognese mit rinderhack haben wir zwiebeln karotten knoblauch tomaten marken noch wie süße tomaten so da ist kein schnaps mit bei hähnchen kochsahne das auch kein schnaps mit bei also ich habe jetzt auf den karten jetzt nirgendwo gefunden warum sie mir hier schnaps mit dazu schicken da muss ja nirgendwo rinder das ist ganz gut tüte 28 ist schon wieder hier am aufgehen tüte 1 ich packe jetzt erstmal wieder aus wir haben in tüte 1 war doch die nummer 1 hat zweimal knoblauch 10 einmal spaghettis einmal tomaten soße eine dose tomatenmark eine moore über eine zwiebel eine normale keine rote dosiert steht hier nur basalicum 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 und zwei tüten bollion gemischt irgendwie rinderbrühe ist auch ganz gut so dass ich nur zwei bestellt habe weil wir waren erst dann in polen einkaufen und der kühlschrank ist so knüppelvoll ich würde keine fünf boxen gerade unterkriegen plattspinat petersilie glatt koch sahne 15 eine knoblauchzehe noch mal nudeln also spaghetti ich dachte eigentlich äh äh fosili da haut doch was nicht hin ist doch die 28 28 fettuccine sollten da eigentlich drinnen sein ach deswegen bestimmt den schnaps als entschuldigung Gemüsebrühe, weil hier sollten eigentlich seht ihr die Nudeln und hier steht auch Fettuccini drin sein, Fettuccini, hier sind aber keine Fettuccini bei und bei dem anderen sind es Fettuccini, auch Fettuccini. Auf der Webseite stand da nicht Fettuccini, da war das Spaghetti abgebildet, also die runden. Hier sehen sie aber flach aus und hier sehen sie noch flacher aus. Passt da. Ach doch, das sind die Flachen. Habe ich mich verguckt? Das sind die Flachen. Jetzt muss ich gleich mal bei der anderen Tüte noch mal gucken. Nicht, dass ich mich da Da sind es auch die Flachen. Okay, jetzt sind Fettuccini. Aber ich war der Meinung eigentlich, dass die mit der Tomatensauce, dass die Fettuccini sind. Gut und Pass auf, bei der 28, da kommt, da ist die Seite offen. Und das Rezept musst du dann noch abholen. Musst du hinpacken. Ach, hier haben wir wieder. Ich bin cool und nachhaltig. Gut, Ruhn. Du bist denn, komm mal her. Komm mal her. So, machen wir über Adidas drüber. So. Du bist cool und nachhaltig und 96% abbaubar. Da. Hier. Musst du da aufpassen. Die sind nass. Ja, die waren ganz unten drin. Das ist die Feuchtigkeit halt. Hier haben sie mehr Eis drin. Ich wundere mich schon, warum so ein fetter Beutel. Der ist halt, ach der ist ja auch an der Seite offen. Das haben sie aber ganz schön rumgehandelt mit dem. Alles klitsch nass hier drin. Machen wir mal die Eisbeutel mal hier rein. Ach, jetzt fährt ihr die runter. Bitteschön, mein kleiner Liebling. So, dann haben wir, also dieses Mal ist wirklich wenig. Wir haben hier einmal Kräuterbutter mit. Ne, nur Kräuter steht hier drauf, aber ich denke mal ist Kräuterbutter. Dann haben wir Hähnchen geschnitzeltes aus dem Bauch filetiert. Teilstück, frisch. 250 Gramm. Sieht auch sehr gut aus wieder. Dann haben wir hier Rinderhackfleisch. 200 Gramm. Also ist dann wirklich nur so ein Streifen. Das ist dann Hackkuchen. Aber auch hier wieder sehr dunkel. Sieht aus, wenn hier noch blutig ist. Also wenn das nicht frisch ist, dann weiß ich auch nicht. Das sieht so gerne aus, als wenn es so blutig ist. Hartkäse, italienische Art gerieben. Hartkäse, italienische Art gerieben. Zweimal. Jeweils 40 Gramm. Gudrun! Ist nicht viel, ist nur das. Ich danke dir. Und ein Tuch oder so wäre nicht schlecht, dass ich meinen Arbeitsplatz trocken kriege. Danke! Ach und einen Schnaps habe ich noch. Willst du einen Schnaps? Hat 40 Prozent. Ne. Oder? 0,5. Och, der hat 0,5. Ja, das war nichts für dich. Du bekennst dich ja mit dem 40 Prozentchen aus. Na, was denn? Ja, ein Kühlschrank. Ich gucke auch regelmäßig nach, ob er noch da ist. Ja. So. Das soll es auch gewesen sein. Ihr Koffert euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Däumchen, wenn ein Träumchen. Das war jetzt, denke ich mal, vorerst die letzte HelloFresh-Box. Weil jetzt sind die Ferien vorbei. Ich habe zwar auch auf meinem HelloFresh-Konto, glaube ich, noch 40, 50 Euro drauf. Weil ich kann ja Leute werben und dann kriege ich da 10 Euro auf mein Konto irgendwie. Und da haben, glaube ich, vier oder fünf Leute haben das wohl gemacht. Und jetzt muss ich erst mal gucken, wie das verrechnet wird. Vielleicht ist dann noch mal eine Box drin. Da müssen wir erst mal gucken. Aber, oder mit Frau ich dann erst mal quatschen, ob wir das dann am Wochenende weiter behalten wollen. Dass wir das dann halt jetzt laufen lassen und dann halt nur zwei Tage die Woche. Also, ja, müssen wir gucken. Also, aber eigentlich ist jetzt erst mal das letzte Paket. Denke ich. Mal gucken. Wir werden sehen. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich werde euch HelloFresh-Seiten auch unten drunter verlinken und meinen Gutscheincode weg euch reinpacken, wo ihr dann irgendwie 10 Euro kriegt oder jede Box gratis oder so. Das wechselt immer mal wieder. Also, ich bin da nicht verbandelt mit denen. Das kriegt jeder, der bei HelloFresh ist, kann dann halt Freunde einladen und dann kriegen die halt irgendwelche Vergünstigungen und so. Ja, das werde ich euch alles in die Videobeschreibung packen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Odin's Test. Wird natürlich nicht mehr.